Ar-Rahim. Ja, Schafi, ja Allah. Wir knacken uns ohne Zucker. Auf, laut, laut, laut. Der hat gesagt, keine mehr Schmerzen. Willkommen, Abu Sultan. Dieser Tipp, ich knack ihn alle. Fertig. Hier, ich zieh ihn alles. Egal, wer kommt hier drauf. Ich zieh ihn komplett. Wenn nicht, muss Bescheid sagen. Leute, wenn hier nicht klappt, alte Bocke, muss hier alles knacken bei Abu Sultan. Anders geht nicht. Herr, ich zieh den Aboukir. As-Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin mein Abou Sultan und er hat mich in die Tera-Bee. Mein Name ist der erste Musik. Ich will zum Bismillahirrahmanirrahim. Inすみ bin ich, der Name ist er und seinevi, die Tränein. Werden Sie seid auf dem einen blühen? Hast du mit englischen Zeiss? Wir wurden nicht mit englischen Zeiss. Nein, das hat mich an. Wir müssen Gott sagen. Warum ist die Zauberin? Warum bist du mit der Zauberin oder dem Verkaufel? Aber Sie sollen nicht mit Englischen Zeiss tr heavierbecken? Nein. Diesen Mann kann ich so sprechen, aber Fügel-Sprache kann man auch machen. Was ist das für die Saffäre? Das ist das für dich. Das ist für dich. Ist das Problem wegen dem Fügel? Ja, der hat Fügel, aber die Fügel auch hat kein Deutsch. Sie sprechen kein Deutsch. Muss man erstmal paar Stück Kartoffeln haben, weil die Sprache automatisch zwischen diesen Fügel. Der leider ist aus Syrien. Aleppo ist kein Kartoffel. Du hast danach Dinaschen geklar. Ja, Dinaschen. Es ist die Türkei. O, Aleppo und Halep ist das. Sie sagen, in denassemblachen Sie uns? Ich hab diese Musik auf dennehmaten. Von hier. Wir sind etwas. Beste sind Böbes, also Böbes. Aber hier sind wir alle hier. Und die Bibelangstie sind das 4 und 5. Die hat 2004-2005, zieht auf den Bein auch. Und ... Icherei. Auf der Knie auch Probleme. Mifsel, icherei. Ja, genau. Dieser Mann kommt von Aleppo bestimmt. Halbe Schrot ist das. Große Bauchstelle, ne? Große Bauchstelle und halbe Schrot. Okay. Äh ... Wir haben hier, wie wie so. Problem mit Luft, mit Atmen. Nifes. Problem mit Tänifus. Nein, richtig. Wir haben hier etwas Taub, Krabbeld. Nein. Wir haben hier nicht. Ja, nur Dari. 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 Der hat ihm gesagt, er hat mich geschlachtet, diese Schmerzen. So stark sind die Schmerzen? Auf meiner Sprache, ja. So stark ist das. Der hat gesagt, er hat mich geschlachtet, diese Schmerzen. Auf Deutsch weiß ich nicht. Wie geschlachtet, ne? Heißt? Ja, ja, so übersetzt, genau. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, Shafi Allah. Ja, der Abu Sultan, der macht immer komplette Therapietrosten. Weil dieser Mann unbedingt muss komplette Therapie. Der ist von oben bis unten schmerzen. Mhm. Operation so vielleicht? Operation so garneed? Ja. Amalie, ja? Ja, ja, schafi Allah. Ja, ja. Ja, schafi Allah. 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 Ja, 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 ja. Aber dieser Mann hat viele Rücken geschmissen. Der erste Mann hat mich bei mir angerufen in Köln, weil das total schade ist. Aber Sultan, wie kommt so was? Wie ist das denn entstanden? Was meinst du? Die Probleme, die er hat. Ja, dass diese Leute aus Syrien kommen, viele schlafen auch. Okay. Und man muss auch Ihnen fragen, von wo kommt dieses Messer? Woher habe ich diese Leute aus? Mit Sikker. Mit Sikker? Mit Sikker. Ja. Das ist der Zuckerkrankenheit, oder? Ja, das ist der Zuckerkrankenheit. Der Zuckerkrankenheit hat große Probleme. Aber seitdem ich mit Tier bin, haben wir so etwas noch nicht gehabt? Nein. Normalerweise ist der Zuckerkrankenheit, aber das ist bestimmt viel Zuckerkrankenheit. Okay. Und wie viel Zucker? 400-450 Gramm. 400-450 Gramm. Heißt, ist viel? Ja, eine halbe Kilo. Aber ist viel, ne? Ja. Normalerweise ist viel. Das muss 90 sein, ja. Das ist echt viel. Das ist viel. Das ist viel. Das ist viel. Das ist viel. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Schau. Ah. Wir knacken ohne Zucker. Das ist auch ein geiles Buch. Ja. Ohne knappen ohne zu können. Bismillah. Ja, schaaf. Ja, Allah. Bismillah. Ähm. Bismillah. Luka, Luka. Bismillah. Luka, Luka. Maschallah. Auf, Fischstein. Waqf. Ja. Hottet daik hau uschak. Mitl liatama b-halab. Ja, schau. Tock, abel matok. Ja, schau. Ja, schau. Alli dekla fo, hendi wuch. Fingasusamgain. Viin iknaats, viin iknaats zo, machin auf, ya. Bismillah. Bismillah, ya schaaf, ya Allah. Jetzt, Bismillah. 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 Soar ähsson hoon? Aye. Hoon ma b-dal-wajah. Addy, shoo? Ma b-dal-wajah. Tawel, tawel? Aye. Tawel, tawel, yani az-vek, in-sha-Allah. Ich magstens in-vek? Ja, ja, in-sha-Allah. Hoon, b-s. Okay. Jetzt mussu brudu zaite schlafen. Al zaite, al janab. Devo? Aye, tamam, tamam. No, no, atalafu, chauwaie, 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 chai, reakinti. Tamam. Aaribu, chai basit, bahad lihoon. Tamam. Hea, yasal nesliek. Naa, jelz hait, tehta. Na, jiebuk kanabay, chauwaie, aaribu, ala hon. No, madha, 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 madha. Aaaa, brom jismak lahonyi, chtalha, haiyo. Aaaa, brom jismak lahonyi, chtalha, haiyo. Aaaa, vazahana, kenaabayi, matrooh. Oii, ya Allah. So ... Jetzt teacher, wenn Sie nicht weiter schadaki различlichen, machen Sie die Schauper. Und gut. Ja, ja, Allah. Okay. Dann muss ich auf der Erde nehmen. Dann muss ich auf der Erde nehmen. Dann muss ich auf der Erde nehmen. Und was passiert jetzt da? Jetzt ist das kleine, richtige Sofa zum Ziehen. Das ist das kleine, richtige Sofa zum Ziehen. Das ist das Teil hier. Das muss man auf der Erde ziehen. Wie alte, Osmanische Therapie. Das ist sowieso Osmanische Therapie. Osmani, das sieht immer auf der Erde. Weil wir kommen irgendwann, irgendwann, irgendwo, irgendwann muss wieder selber zurück auf die Erde. Und Salam Aleikum. Mach was du willst nachher. Mach alle Anzeige. Mach alle Probleme. Ich bin unten. Und Salam Aleikum. Mit Ejreik, aber mit Ejreik. Ich habe ein bisschen Ejreik. Mit Ejreik, mit Ejreik. Ejreik, mit Ejreik. Ejreik, mit Ejreik. Ejreik. Ejreik Harriik, Ejreik. Meraikum, es ist die Jaim. seventeen? Ej, die slave hier. Ej, die latin hat. Ein bisschen Aba верх. Ne Leute, ich mach mich jetzt mal. Abauch, ich mach mich auf. Geh, losbitte, losbitte. Ein bisschen an ihr neer. Ejreik, losbitte. ás Wallen. Ejreik. Ejreik. Das ist deine notwendig. Das ist eine Osmanische Therapie, Bruder. Ich weiß nicht, das ist alles. Das ist eine Osmanische Therapie auf dem Herdde. Und wenn ich mich nicht einfach auf dem Herddecke bin, ich bin auf dem Herddecke. Ich kann mich nicht mehr. Wenn ich mich nicht mehr so viel zu tun, wenn ich mich nicht mehr so viel zu tun, dann ist es auch nicht mehr so viel zu tun. Ich will es nicht mehr. um Ja, das ist eine Fettkugel von Knochen, kommt immer raus, zwischen den Knochen kommt raus. Manchmal kannst du dran machen, aber es ist schon hart, kann man nicht mehr rein. Okay, kann man da was noch machen? Ja, letztes Mal habe ich eine, eine war in der Hand, war raus, habe ich gezogen, gezogen, spielen und dann mit Masaya wieder reingetan und fertig. Aber diese ist schon hart, kann man nicht mehr rein, ist fertig, ist fest. Ja, genau. Wie kann ich hülle von fragen? ... das hat er etwas håll. Ja, gewiss ich sie. Ja, das ist er offen. Ich werde da. Da. Ich werde da sie mitbriteln. Das ist auch ein Problem, der sie mit der Knie ist. Und das ist bei der Knie ist es gemacht. Habt ihr ein Schmiss? Ich werde nicht leben. Natürlich kommt al das Knie und her 1 Knie. Die Knie ist gut arteratur. Einfach lockern. Geh ich gleich nachher. Viel Wäscher? Nein. Wenn man ein Auto hat, wenn ein Auto ein Teil kaputt ist, muss man beide Teile wechseln. Ich habe gesagt, ich mache beide. Besser als eine. Eine umsonst, eine umsonst. Ja, Schafi. Uli, ja, Schafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, Allah. Hast du nicht? Ja? Ja. Jetzt sind wir hier. Das ist ein Problem. Inschallah, wir sehen uns. 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 Der Punkt ist, dass ich die Sache. Aber Sultan, ja, wir haben ihn auf die Seite. Das glaube ich. Das ist durch das Mein Gott. Ich bin ich für das. Wir sehen uns für die Giebe. Hier wird, die die Flöze gefeiert. Ich bin die Flöze nicht in die Bezieher. Das ist schäuble. Gehlt, gehlt. Gehlt, gehlt. Keiner, keine Wälder. Ich gebe, keine Wälder. Ich gebe, keine Wälder. Ich danke dir, Herr Präsident. Sie sind nicht mehr. Sie sind nicht mehr. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist gut. Ein weiterer. Ja, Allah. MashaAllah. Maniscus Problema. Maniscus Problema. Alhamdulillah. Ich bin auf Englisch. Ich bin auf Englisch. Ich bin auf Englisch. Ich bin auf Englisch. Ich schaue die Liebe, ich bin auf Englisch. Die Römmen. Ich bin auf Englisch. Das war ein bisschen. Dimm ich körper nicht so, und wenn ich aufstehen immer wieder auf den Garten und dann kann ich auch aufstehen. Maschallah wir hier sind. Das ist ein Opa, aber es wird ein Kälte wieder jetzt. Auf was muss er jetzt drauf achten? Er muss viele Massagen machen. Auf Arabisch vielleicht? Äh... Wenn die Leute machen, müssen sie massagen, wie sie das tun. Diese Anlage sieht, dass sie das tun. Die Gelenke, die Gelenke. Der Atlas wie wir sollen, von oben bis unten. Nuss Saat. Hattet die Menschen hier auf dem Mikuai. Hattet die Videos und die. Mit dem Mikuai lassen Sie das machen. Die Knie. Halbe Stunde am Morgen, halbe Stunde Abend. Immer Massagen, Massagen mit dem Öl. Und dann kommt diese Öl rein, rein, rein und dann schmieren. Dann geht alles locker und fertig. Inshallah ta'ala. Äh... Ja, nee, nee, Moment. Zehn Tage, 10 Tage. Wir haben noch nicht, dass wir die Tile haben. Also die Kiste fassen auch nicht. Weil deine Fiebelsohle ist voll locker jetzt. Und die zieht, die geht wieder automatisch. Die Türe runter, runter, runter bis der original Platz kommt zurück. Wenn du was schwer tragen, dann komm wieder zurück. Und dann haben wir bei der Arbeit alles... Ich bin ja, vielleicht. Wir haben die Parteien. Wir haben die Tüge. Ich bin ja, dann. Und wir haben die Tüge übernommen. Ich bin ja, dann. Ich bin ja, dann. Und wir haben die Tüge übernommen. Ich bin ja, dann. Zag astagfirullah, berassu kinder, zag astagfirullah, berassu helfe, zag astagfirullah, Allah schick das alles bei dir, in schauallah, beiznillahi ta'ala, wukam maakena ab-sultaan, mikhashinia, terabbi, und hai da ber'ah.